Aufsitzrasenmäher Gar 600, Motor, Power Engine S620, E-Motortyp, 4-Taktmotor, Leistung, 4,8, 6,5 kW, PS, Hubraum, 196 CMU. Nenndrehzahl, 3000 Minuten, Schnittbreite, 610 mm. Sicherheitseinrichtung, 150 L-Typ, Schnitt, Hennverstellung, Volumen, Central 5x, Schnitt, Hennverstellung, 35, 45, 55, 65, 75, eines Millimeters. Tankinhalt, 1,2 Liter Kraftstoff, Startsystem, elektronischer Start. Und Revasierstern P droht. Motoren L, 0,6 L Motor LS Orte, 10 W40 Kraftstoff verbraucht es. Motors, 2,0 L pro Stunde Antrieb, Jahrgang, 5x Anzahl von RTSG. NGE, 4 Geschwindigkeit vor WRTSG. NGE, 1,5, 2,0, 3,0, 4,6 Kilometer pro Stunde. Anzahl der RCKW RTSG NGE, eine Geschwindigkeit RCKW RTSG. NGE, 2,3 Kilometer pro Stunde Reifengar. GR%, C3%, B6%, C3%, C3%, 9, Fee hinten, 13x5 Reifengar. GR%, C3%, B6%, C3%, C3%, 9, Fee Vorderbein, 10 Inch x 4 Inch. M-Leistung, 3,000 Meter pro Stunde, C2%, B2, M-H-Werk, manueller Zuschalt. Bar Wenderadius, interne 103 cm. LRM-Wertangabe IVEA, 98 Dezibel. LNGE, 1,790 Millimeter Breite, 720 Millimeter. H-Prozent C3%, B6H, 1,050 Millimeter. Nettogewicht, 119,5 Kilogramm. Gesamtgewicht, 140,1 Kilogramm. Güde gar 600 Aufsitzrasenmäher, Fabrik neu und original verpackt. Komfortabler Aufsitzrasenmäher mit leistungsstarkem OHV 4-Takt. Power-Engine-Motor und 5-Gang-Schaltung für den anspruchsvollen Hobbygärtner. Der Aufsitzrasenmäher zeichnet sich durch seine Wendigkeit und die kompakte Bauart aus. Er passt durch. Sein schmales Design bei einer Maximalbreite von nur 700 Millimetern durchfasst jede Garten- bzw. Garagentüre und ist auch für kleinere Flächen geeignet, auf denen der Einsatz eines Rasentraktors durch Sträucher und Hecken unmöglich ist. Der Aufsitzrasenmäher kann anhängen mit einer Neigung von maximal 10 Grad ohne Probleme eingesetzt werden. Ausstattung, 150 L Fangsack Luftbereifung manuelle. Gangschaltung, Höhenverstellbares. Mähwerkfuß, Parkbremse. Elektrostat. Markengerät von Güde. Einsatzgebiete. Für Rasenflächen bis 3000 Quadratmeter. Technische Daten, Motorbauart, Powerengine, S620E. Motor, 4,8 Kilowatt, 6,5 PS. Hubraum, 196 CCM. Leerlaufdrehtzahl, 3000 Minuten minus 1. Getriebe, manuelle Schaltung. Gangschaltung, 4 Vorwärtsgänge. 1,5, 2,0, 3,0, 4,6 Kilometer pro Stunde. Ein Rückwärtsgang, 2,3 Kilometer pro Stunde. Fünffache. Schnitthöhenverst. Ellung, 35,45,55,65,75 eines Millimeters. Zentral. Maximal. Schnittbreite, 610 Millimeter. Fangsackvolumen, 150 L. Reifengröße. Vorne, hinten, 10, x 3,5, 13, x 5, 1, ist gleich 2,54 Zentimeter. Mähwerk, manuell zuschaltbar. Lärmwertangabe, IWR 98 Dezibel. Wenderadius, innen 103 Zentimeter. Gewicht netto, 112,5 Kilogramm, 135 Kilogramm. Aufbaumaße, LXBXH, 1750 x 700 x 980 Millimeter. EAN, 4 Billionen 15 Milliarden 671 Millionen 299.482 Artikelnummer. Danke fürs Zuschauen. EAN, 4 Billionen.